Musik Wir begrüßen alle ganz herzlich zur Radiosendung des Missionswerks Evangelische Missionsgemeinden in Deutschland. Das Thema der heutigen Sendung lautet Umgang mit Lasten, Teil 1. Darüber spricht Viktor Enns in Deutschland. Liebe Zuhörer, solange wir hier auf Erden sind, sind wir in der Erziehungsschule Gottes. Und wichtig ist es, unser Umgang mit Lasten zu lernen. Das bekannte Wort befiehlt dem Herrn deinen Weg und hoff auf ihn. Er wird's wohl machen. Kann auch übersetzt werden. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Im Vertrauen auf ihn ruhe. Er wird handeln. Psalm 37, 5 In dieser Aussage liegt das Lebens- und Sieges- und Geheimnis. David